Meine Omi bemalt heute meinen Babybauch. Dazu müsst ihr wissen, dass meine Omi eine Künstlerin ist und immer diese ganzen tollen Bilder malt, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Sie hat dann auch direkt angefangen, das hat ganz schön gekitzelt. Meine Omi ist übrigens eins meiner größten Vorbilder. Sie ist so eine starke Person. Sie hat auch immer gesagt, wenn ich Angst hatte, etwas nicht zu schaffen, hat sie gesagt, Yvonne, du musst jetzt sagen, dass du das schaffst. Und du wirst das schaffen. Sie hat immer an mich geglaubt und gesagt, dass ich niemals aufgeben soll. Und das sollt ihr da draußen auch nicht. Bitte verfolgt weiterhin eure Ziele. Hört niemals auf andere. Denn ihr habt euer Leben in der Hand und keiner kann das für euch entscheiden. Im Endeffekt sind Hater oder Leute, die nicht an euch glauben, der größte Anspruch weiterzumachen. Übrigens habe ich danach meinen Bauch abgewaschen. Könnt ihr jetzt in meiner Story sehen. Und ich habe ein Foto gepostet.